Junge, mach endlich Gothic 3 weiter. Du kannst doch nicht dauernd Spiele beenden bevor du sie durchgespielt hast. Mein Leben ist verwirkt ohne deine Videos. Diese Kommentare waren wie immer frei erfunden. Jawoll, äh, keine Ahnung, wie ging das nochmal? Belia und los. Also heute geht's zu Belia mit den Artefakten Innos ausgerüstet. Also mit den Artefakten Innos ausgerüstet, die ich nicht ausrüsten kann, wegen dem Fehlen an altem Wissen. Ja, Gothic 3 mit seinem Charme ist wieder da nach zwei Wochen Abstinenz. Zwei Wochen, ja, zwei Monate, keine Ahnung. Jo, wir sind hier in Morazul. Ich glaube es war Morazul. Ihr wisst schon, diese eine Stadt der ersten Sinnen, in dem diese riesen Belia-Statue steht. Oh, ist sie nicht verlockend? Ist sie nicht verführend? Ach, ich muss... Oh, hallo. Äh, ich muss zur Statue. Ich muss da hin. Belia, ja, moin. Äh, guten Tag. Wir aktivieren den Schrein. Trommelwirbel. Und los. Belia, ich bin gekommen, um für dich zu kämpfen. Ich werde dir helfen, die Herrschaft über die Welt zu erlangen. Erfahre meinen Willen. Die Orks haben Verrat an mir begangen. Sie folgen nicht länger meinem Ruf. Ich will, dass sie dafür bezahlen. Jeder Einzelne ihrer Häuptlinge soll dafür bezahlen. Oh. Xardaz hat mich um einen Teil meiner Macht betrogen. Es wird Zeit, dass er sie wieder verliert. Ich werde dir nun Macht geben. Bald wirst du in meinem Namen über die Welt herrschen. Hm. Oh, ja, cool. Äh. Der Ecke, die Macht. Gib mir Muskeln. Gib mir Brain. Gib mir Geschicklichkeit. Ich will Brain. Gib mir fucking Brain. Der König von Myrthana ist tot. Ja, stimmt. Innos Macht ist gebrochen. Sein Volk wird verzweifeln. Oh. Schön. Das sind ja, grandiose Aussichten. Äh. Okay. Okay, Leute. Wir haben jetzt Pläne haben sich erfüllt. Es gab Pläne. Es ging um eine gewaltige Anzahl an altem Wissen. 96. Ne, eigentlich ging es um Alchemie. Es ging um Alchemie. Ich wollte unbedingt Alchemie lernen. 95. Das haben wir jetzt, oder? Ha. Auf den Punkt genau. Meine Fresse. Bin ich gut. Ey. Tizka, wie geht's dir? Ja. Es heißt da drinnen, ne, wenn Belia mit seiner seiner Blitzmacht da rum eskaliert. Trudor. Trudor. Unmöglich. Unmöglich. Oh, nein. Die Tänzerinnen tanzen. Ja, das ist die Feier Belias. Er ist erwacht. Er spricht zu uns. Wir tanzen für ihn. Oder für mich. Oder für uns. Oder keine Ahnung. Äh. Ja, also Leute, das war's jetzt eigentlich. Wir haben Missionen erhalten. Noch die Teleportkarte. Ja, weil jetzt mache ich Alchemie. Denke. Lernen. Brauen. Alles. Komplett durcheinander. Das wird auch als Borgs geschlachtet. Vielleicht. Vielleicht. Und dann vielleicht das Wissen? Ach, keine Ahnung. Wer ist dran? Niemand ist hier dran. Das ist selten. Ach, da muckt sich einer auf. Ey. Okay. Wieso? Wieso prügeln die jetzt auf Ali ein? Okay, das ist, äh, will ich sehen. Leute, haut drauf. Gleich, gleich stirbt er. Hab ich dich. Hab ich dich. Okay. Echt abgeschlachtet. Holzen. Ja. Ja, mei. Es ist nicht schade um ihn. Sind immer dieselben. Immer die gleichen. Moras. Die müssen sterben. Ja, na, mei. Was willst du, Morar? Chemie. Tränke. Nee. Das ist gar nicht was. Doch, ich weiß was. So. Kriege. Urgosch. Bring mir. Das Wissen. Bring mir was über Alchemie bei. Ich will Tränke brauen. Ich will permanente Tränke herstellen. Ja, das denke ich mir. Mit diesem Wissen bist du in der Lage, jeden permanenten Trank zu brauen. Alles, was du benötigst, ist ein Rezept und die erforderlichen Zutaten. Zutaten. Die meisten Zutaten sind sehr selten. Also wirst du viel unterwegs sein. Also genieße das Braun. Braun. Jo. Und Lernpunkte über. Wunderschön. La di da. La di da. Wir brauchen... Le... Trank... Rezept. Ich will das Ding machen. Barla Frigas. Zur Bekanntungsposik 2. Der Trank, der eine ein bisschen stärker macht. Na, wir brauchen noch einen Trank der Lebenskraft. Wir haben Trank der Lebenskraft. Ich das Rezept. Dann könnte ich sogar zwei machen. Na, eigentlich möchte ich da mit der Maus rüber und... Ich muss ein bisschen die Dinger zeigen, aber da geht jedes Mal das Bild weg. Jo. Trank der Lebenskraft wird nicht verkehrt. Trank der... Und dieses... Dieses ganze Pogmist Zeug. Keine Ahnung, ob wir das machen. Eher wenige. Urgosh. Zeig mir deine Ware. I wanna see your inventory. Der Lebenskraft Trank. Wildschweiz, Nepper, Mana... Wildtränke. Der hat keine... Keine Ahnung. Rezepte. Doch. Aha. Und... Gott. Das ist so lange her. Also ich dieses Spiel zum letzten Mal. Ich hab den Mohnenbogen. Fuck. Haha. Dass ich dieses Spiel gespielt hab. Das könnte rüber. Aha. Passt. So. Hallo. Der Brauer war los hier. Trank der Lebenskraft. Nicht dafür überhaupt das Zeug hab. Ah. Geht sogar. Ein Kronstöckel. 22 im Inventar. Ein Fläschchen. 127 im Inventar. Machen wir jetzt einfach mal zwei. Bäms. Äh. Doppelt hält besser, ne? Da kann ich auch zwei machen. Weil wir... Dracheneier. Wir brauchten noch ein paar Dracheneier. Egal. Trank. Gemixt. Mixtur. Gebraut. Schönes Ding. Schönes Ding. Und jetzt... Spüre die Macht. Nein, das will ich draußen trinken. So. Hier so. Und vorne. Dass man die Rüstung gut erkennt. traaengd بن. Stärke. Ja, was hab ich den aufgehoben? Konzentration. Für irgendwas. Für irgendwas hab ich schon aufgehoben. Obstkompott. Das ist ein Wein. Wo ist mein Trank? Wo ist mein Trank? Das ist Gift. Ach, hier. Schön. Schön. Hau weg den Shit. Num num num. Num num num. Ja, löblich löblich. So kommt man voran. 340, jetzt geht der fetteste Bogen überhaupt. Da. Ohne einen Bogen. Wie sieht er aus? Demone. Okay, das ist Todenschädel. Schön. Damit lässt sich was anfangen. Stärke ist auch gestiegen. Der Lester ist jetzt eigentlich... Können wir sonst noch was machen? Ach, ja. Dieses behinderte Schwert der Elemente könnten wir noch bauen. Oder ich mach das Elixier der Elemente. Erde, Feuer, Luft, Wasser. Erde, Luft, Wasser. Feuer fehlt. Feuer gibt's in der Wüste. Äh, das machen wir nicht. Machen wir nicht. Ich mach jetzt einfach noch ein paar... ...Stärketränke oder so. Was da noch so geht. Man muss ja jetzt nicht komplett alles aufpowern, was man machen kann. Aber solange man aufpowern kann, powern wir auf. Alles, was dabei ist. Manne. Noch Lernpunkte für altes Wissen. Aber ich schaff's nicht bis zur... ...bis zur Robe, oder? Schaff ich's bis zur Robe? Könnten wir die auch noch anschauen. Könnten wir die Robe auch noch testen. Hier ist dunkel von 350. Schafft man im Moment nicht. Und die... Und die Aderners-Robe ist jetzt natürlich kaputt. Danke, Belia. Danke. Betet man mal ein bisschen und dann gehen gleich wieder Inventarsachen kaputt. Können wir Stärke machen? Hab ich Stärke? Hab ich überhaupt Stärke? Wahrscheinlich nicht mehr mal Trank der Jagd, hab ich. Ah. Keine Stärke. Stärke. Und nein. Na gut, dann haben wir eine neue Aufgabe. Zeig mir deine Ware. Trank der Stärke suchen. Roßdauer. Heilung, Mana. Heilung, Mana. Roßdauer, Stärke. Jetzt geht's voran. Düm, düdüm, dümm. Stärke, acht Stück. Wegen der acht Drachen? Oh, was? Der Jagd könnt ihr auch noch. Lebenskraft könnt ihr auch noch machen. Erstmal. Bisschen Lebenskraft. Ja, schön. Erinnert irgendwie so ein bisschen an das Ende von Gothic 1 mit den ganzen Tränken. Die S-Trank-Eskalation. Alles rein. Schluck, du Stück. Ah, er schluckt. Erkoma saufen. Delicious. Lebenskraft. Lebenskraft habe ich stärke. Schussung. 400 ey, das ist ne gute Folge, 407 Stärke. Schön, brauchen wir 300 Mann, ja, ein Feuerregen, so altes Wissen brauchen wir dann nicht mehr. Wollte ich mir den Lernpunkten, keine Ahnung, ja gut, ja gut, auf geht's. So, jetzt hatten wir die Aufgabe, Orks töten. Volkreich, gescheitert, aktuell. Und mich zu den Hauptmissionen. Töte Xardas, töte die Hauptlinge der Orks, okay, ja gut. Xardas, es war wunderschön, seine Bekanntschaft zu machen, wo ist der jetzt? Ja gut, tut wer Xardas. Nein, wir heben uns Xardas von Schluss auf. Jetzt machen wir, jetzt machen wir alle Orks. Alle Orks, komplett durch. Rebellen sind ja vernichtet. Jetzt sind auch noch die Orks dran. Ich bin gespannt. Ich hab dich ein Stück. Ich werde dich töten. Leute, es gibt einen Kampf. Hau drauf. Jetzt hab ich's verstanden. Weil die, ja, weil die Assassinen jetzt gegen die Orks sind. Jetzt hab ich's verstanden. Da. Okay, okay, na gut. Ja, das, den könnt ihr umhauen, den könnt ihr umhauen. Wir checken jetzt mal rauf zum Wenzel. Einfach nur, keine Ahnung. Ich will gucken, was da los ist. Ne, Wenzel ist tot, oder? Hab ich Wenzel getötet? Hallo, Wenzel. Ja, Wenzel ist tot. Da ist ein Schwert. Da ist ein Schwert. Wenzel ist tot. Ja, dann stelle ich mich allein gegen die Orks. Das war das richtig, richtig schön Leckfest. Düm, 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 düm. Aber solange Ali die ablenkt. Ali. Bester Bun. Lenkt die schön ab. Moment, das ist der Boss. Das ist der Boss. Das ist der Boss. Ich will doch... Nein, dann hau ich den um. So, Uruk. Ja, und das war's. Bleib stehen, Mora. Uh, er ist böse. Uruk. Bleib bloß Uruk plündern. Und Freud, Bafford. Bafford war cool. Ja, weg mit dir. Und Deva. Das war, glaube ich, ein Scheiß-Org. Uruk. Er hat nichts im Inventar, so als Boss. Ich bin nicht begeistert. Oh. Sklavenaufstand. Ja, spür die Doppelklinge des Todes. Schwert erahnen. Und das andere. Meister Schwert. Das meister Schwert. Und das Schwert erahnen. Feind. Und meine 5000 Leben. Sorry. Ja, das, das war nicht geplant. Das arme Schweinchen hier. Gar nicht. In dieser Folge sind leider Tiere gestorben. Dem hast du's gezeigt. Ah. Ich häng. Ich häng, Leute. Ich häng. So. Dum, 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 dum. Okay. Wie guter. So. Wie vieler darf ich jetzt da umhauen, bis die Stadt gefreut ist? Das war's auch morgen. day 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 dayے. Thy ta da. In vor des. Deine letzte Stunde hat geschlagen. Okay. Ja. Stadtbefreit. Und das gibt keinen Erfolg. Es gibt nicht mal den Erfolg. Ich bin enttäuscht. Na gut. Aber wie machen wir das jetzt am dümmsten? ein wohlverdientes ende für kossig 3 eine welt die komplett zerstört ist machen wird ziemlich safe schön deine bekanntschaft zu machen geplündert ich habe ihn geplündert passt raus hier wir töten jetzt keine wir töten jetzt keine 5000 dorks okay rogera ist der nix make mertana great again mertana first oder menschen first oder orks first ist eigentlich ist eigentlich keine ahnung leckt halt mal wieder ist keine ahnung einfach alles schlacht ja moin meine freunde steht er hier so bedrohlich rum so wie geht's dir es gibt schlechte nachrichten wenn wir den schuldigen finden machen wir mit dem kurzen durch wer noch schöner da gab es da gab es da gab es blöde sachen das das schlimme ist rauszukommen da okay das ist das ich werde ja ich blute schon blut sowas von da geht's durch es gibt hier mord und totschlag und eskalationen das kann man nicht das kann man nicht mehr kampf nennen so geht es ja das ist das ist die macht des namenlosen helden ja ja haut mich ruhig alles wird gut alles wird gut immer und wieviel schaden macht der bogen nicht viel wer hilft mir nein ihr helft mir nicht abgelehnt ist es überall ja zeig's mir da waren die rebellen egal okay das ist befreit das ist befreit das ist befreit das ist befreit die anderen machen jetzt auch noch schnell bleibt man quick shave weil sie nicht noch da gab es die bisschen über die goldenen teller ich hab die glaube ich ja die prügeln sie wieder mit assassinen moin ich werde nicht zertreten ach das wird scheiße ach davon sind die ganzen schamanen und wegen wird schwer wie sich da 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 adios adios meine orkischen brüder und theoretisch hätte ich die assassinen kluft anziehen müssen immer noch da weichert von mir lasst ab bärtengläser des todes orkische bastel und immer noch da ja ist das nicht schön aber die komplett leer der gossip 3 welt machen muss er dann schnell bleibt jetzt wird das nichts ja ich glaube der ist sauer bist du sauer weil ich dann den boss getötet hab es tut mir leid das ist die dort wir hatten alle checken sollen ob du nur irgendwo irgendwas im inventar ist ein k der bekehr der bekehrs nach den schabanen grumpel es gibt's grumpel an die grumpel er grumpel ist schon tot und der assassiner schleicht sich an jungs 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 was wischt ihr euch was wünschen die sich ein wenn ich ein bisschen den post töten will das geht aber gar nicht ich will fern 2 kampf hallo für die ehre ok daran ist nicht so gut ok das ist jetzt richtig blöder wieder lasst ab von mir will doch bloß zum boss 3 deine fps sie beeindrucken mich diese konstanten da sie freut alle Okay, eingekesselt. Nein. Okay, wie kommen wir zum Boss? Ausdruck. Der Kampf wird nicht lange dauert. Doch, dieser Kampf dauert. Der Kampf wird nicht lange dauert. Der Kampf dauert ewig. Da ist er. Den will ich. Nur den. Und der Kampf hat nicht lange gedauert. Easy. So Leute, es war mal wieder wunderschön. Ich werde nicht zertreten wie einen Rauch. Er folgt von Orks. Rennt er den Sonnenuntergang an den Wasserfällen entgegen, um diese wunderschönste aller Folgen zu beenden. Ja, wir haben noch einen Ork-Anführer übrig. Und ich sah das. Hau zu her. Hei. Bis zum nächsten Mal.